Wir haben heute hier im Benkurier tierischen Besuch bekommen. Ein neuer Mitarbeiter, ich glaube, das ist so eine Ziege. Und das sind Fanny und Fritzi von unserer Nachbarin. Und die darf ich auf Freitag mal eine Woche betreuen. Es freut uns jedes Mal, wenn unsere Nachbarin sich so richtig Mühe gibt, einen tollen Zaun zu bauen. Und Fritzi und Fanny springen drüber. Herrlich und ich darf sie, wie gesagt, eine Woche ab Freitag begleiten. Und manchmal sind es auch die kleinen Geschichten, die viel, viel größer sind.